Wer benutzt denn da einen Spaten zum Haken? Ach, seht nur, Kinder, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, es lebt wie die Nacht. Aio, aio. Willst du, Herr Hacker? Na, komm schon. Sing doch mit. Hi, didel, didel, do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage? Hey, Finger weg. Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An neuer Stelle würde ich meinen Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Hm, ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabelteer. Ich muss hier raus. Das Klo ist oben rechts neben der Haustür. Viva la Revolution. Ich versuch mal was. Ich würde dir ja die Daumen drücken. Aber die fesseln und so. Kein Problem. Hey, was soll? Na ihr? Sollt euch der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Nein! 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 Wie sie sich freuen. Tschüss. Aber was tust du denn da? Ich erhöhe die Reichweite des Radars. Aber so doch nicht. Der Empfänger muss zurück an den Funkmast. Ach ja? Und wie erklärst du dir dann das? Wo geht? Hm, das könnten die Pilze im Auflauf gewesen sein. Dabei hatte ich die frisch vom Bug gekratzt. Ich probiere mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Ja, so kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfindomteur ist. Komm, Fischi-Fischi. Andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Wir müssen in den Gadget-Shop. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt und das erste, was dir in den Sinn kommt, ist eine Plündertour? Als erstes kam mir eigentlich Brandschatzen in den Sinn. Brandschatzen? Blöde Idee, ich weiß. Und wie? Die Dächer sind viel zu feucht. Hey, was soll denn das? Du solltest doch... Den Delfinen scheint es ja immerhin gefallen zu haben. Ich sag doch, dass ich was von intelligent gemachter Comedy verstehe. Alle drössierten Meeressäuger, die bereit sind, mit Torpedos auf meine flüchtige Freundin zu feuern. Flossen hoch! Und jetzt? Wenn dein Plan funktioniert, wird dir schon sehr bald ein Licht aufgehen, weil du von einem Blitz getrocknet wirst. Was? Das wird lustig. Ja? Hallo? Na, sehr witzig. Au, Mann! Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Was denn? Was ist denn? Was ist denn? Rufus? Rufus? Was tut das? Rufus? Verdammter Idiot! Nächsten Mal schmeiß ich ihn über Bord. Das wird ja immer lustiger. Gleich nochmal. Was? Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Auch keine schlechte Idee. Aua!